Ja, willkommen zu einer neuen Runde Plans vs. Zombies und heute spielen wir in den einzig wahren, den vampirischen Graf Schnappula, der Mann, der seine Opfer verschlingt und sich damit heilt und direkt hier einen weggeschlungen. Wo ist die Heilung? Hier kommt die Heilung, sehr cool, musikalisch, eine musikalische Heilung. Da wird schon der nächste gegessen. Okay, wir müssen rennen. Mann, die Heilung bringt eigentlich wirklich ziemlich viel. Man hat höhere Chancen nochmal wegzukommen, aber da hinten waren so viele Zombies. Naja, egal, zwei weggeholt, war doch schon ganz cool. Wenn wir zuschnappen, hören wir die Musik. Die Musik des Todes. Dam, dam, dam. Okay, wo kommen die Zombies? Wir sollten hier ein paar Fallen hinlegen. Ein wenig Kraut auf den Boden. Da hinten sehe ich eine Sonnenblume und da kommt sogar ein Allstar. Ich versuche mein Glück, obwohl hier drüben ist noch jemand anderes. Na, wo ist er hin? Wo ist der denn hin? Eben gerade war er noch hier. Ah, dieser kleine, windige Zombie. Graf Schnappula! Dankeschön. Oh, wir werden eingefroren. Okay, wir müssen schneller kauen und schlucken. Die Verdauung muss noch schneller gehen. Okay, wir holen uns den Allstar. Werden die Zombies hier den Garten einnehmen können? Oh, der wird Graf Schnappula siegreich sein. Wir werden es erleben. Meiner! Allein der Name, Graf Schnappula. Ein sehr, sehr cooler Name. Oh, 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 oh. Moment. Ein bisschen hier in Deckung gehen. Unkraut hier hin. Wir bleiben hier hinter den Hecken. Na, me Allstars. Na, ist hier noch einer? Oh, yes. Oh, yes. Jamm, 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 jamm. Komm, wir leben draus. Nee. Das war ein bisschen zu viel. Hier spielt aber auch wirklich jeder weder den Allstar oder den Soldaten. Was anderes sieht man hier nicht. Na, da drüben ein Ingenieur. Einen. Und irgendwo noch ein Wissenschaftler. Aber sonst sehe ich immer nur Allstars und Soldaten. Die Musik des Todes. Wen holen wir uns als nächstes? Zwei Minuten haben sie noch. Werden wir hier die Stellung halten. Bis jetzt sieht das ja ziemlich gut aus. Okay, der Graf ist wieder unterwegs. Er hat sein Opfer hier drüben. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Und gestorben. Eins zu eins. Wir könnten hier wieder so ein Kraut hinlegen. Ein Zombie ist drin. Sie kommen der Sache näher. Kraut noch hier drüben. Wow. Was war das eben gerade? Ich finde, sie rufen auch ziemlich viele Zombies. Jetzt kommt die Armee. Lecker. Oh nein, 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 nein. Sie nehmen ein. Die Heilung. Super Heilung. Noch bin ich am Leben. Ah, Mist. Da ist ja wirklich eben gerade alles explodiert. Der da oben mit seiner Drohne. Okay, den haben sie. Den haben sie. Vier sind drin. Null von uns. Ein Sieg für die Untoten. Was zur Hölle. Ich wollte eben gerade runtergehen. Und bin irgendwie wieder hochgeflogen. Ich konnte mich eben gerade nicht eingraben. Sehr mysteriös. Würden wir jetzt die Karte hier bei Nacht spielen, hätte ich bestimmt irgendwelche Spezial-Vampir-Fähigkeiten. Mehr Leben. Schnelleres Bewegen. Irgend so ein Blick, wo wir durch Wände schauen können. Dann wäre Graf Schnappula hier der König. Okay, fressen wir einen. Yes. Lebensenergie, kommt schon. Die Musik hier, einfach extrem cool. Macht richtig Laune, den zu spielen. Und den nächsten. Der Graf hat Hunger. Er will die Untoten verschlingen. Und das letzte Blut aus ihnen raussaugen. Der Elektriker kommt schon. Yes. Dreier Serie. Doch da werden wir zerlegt von der Delfinkanone. Vampir-Schnapper. Ich habe den selber hier noch nie gesehen als Gegner. Oder doch einmal. Einmal habe ich ihn gesehen. Da habe ich gedacht, das könnte irgendeine Lava-Variante sein. Keine Ahnung. Weil wenn man ihn so sieht, auf Vampir kommt man nicht unbedingt. Aber ansonsten eine sehr seltene Figur hier. Drei Minuten haben noch die Zombies. Der Vampir schlägt sich gut. Na, wir waren vielleicht ein bisschen zu weit weg. Ob wir hier noch einen kriegen? Leider nein. Oh, da fliegen wir durch die Luft. Aber wir haben einen weggeholt. Der Sieg gehört dem Vampir. Drei Lebenspunkte. Zwölf Kills. Ja, mit dem hier kann man ziemlich gut killen. Der Schnapper ist immer gut, wenn man ganz schnell viele Zombies killen will. Okay, wir legen hier mal ein paar Fallen hin. Komm schon. Eine hier hin. Eine hier. Und eine hier drüben. Immer die ganz wichtigen Punkte. Krautfallen. Alles klar, wir machen den hier. Wow. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, den würden wir kriegen. Für die Heilung. Für die Heilung. Heilung, komm schon. Ah, Mist. Ich dachte, wir könnten irgendwie die Rakete hier noch umgehen. N7. Das muss irgendein Clan sein. Denn die habe ich hier schon öfters gesehen. Die N7, Leute. Die spielen ziemlich viel. Mittlerweile kennt man ja schon so einige Spieler. Da fliegt die Bohne rum. Okay, die sind alle irgendwie dahinter. Hier kann ich nicht reinspringen. Oh, wen sehe ich denn hier? Lecker, lecker. So einen kleinen Doktor hier verschlungen. Kraut hier drüben hin. Oh, den kriegen wir. Komm schon. Er macht den Sprung. Aber wohin? Ich habe keine Ahnung. Erstmal hier rum. Ah, Mist. Hier sind viel zu viele. Oh, nein. Der Garten ist verloren. Doch, ich wette. Die Schlacht gewinnen wir. Graf Schnappula. Halten, Jungs. Halten. Achtung. Delfin Kanone. Yes, ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir sind ja so gut. Wir sind ja so gut. Na, komm her. Wo bist du denn? Was zur Hölle war das denn eben gerade schon wieder? Irgendwie die Kamera in alle Richtungen geschwenkt. Da blickt doch keiner durch. Der Rasenmäher. Oh, sehr niedlich. Den nehmen wir mit. Und ich mähe den Rasen. Gut, die Fallen, die legen wir mal am besten hier hin. Oder ich habe eine gute Idee. Hier stellt sich immer jemand hin. Genau hier. Da kommt auch die Falle hin. Denn mittlerweile kennt man ja seine Feinde hier. No, den können wir gar nicht essen. Das war keine gute Idee, Graf Schnappula. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Ich dachte, wir würden ihn kriegen. Na, Mist. Vorlage. Nur eine Vorlage. Da drüben steht wieder mein Rasenmäher. Der macht seinen Sprung. Und ist in der Luft gestorben. Yo, endlich. Erzfeind. Na, Megafon. Auch noch ein Elektriker. Oh, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Doch, wir haben ihn bekommen, sind aber selber gestorben. Mit dem Schleim habe ich ihn auch weggeholt. Angespuckt und vernichtet. Disrespect hoch 10. Und das ist der Garten, der Garten sieht gut aus. Können wir den halten? Und der hier gehört mir. Wow, 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 wow. Graf Schnappula. Kann ich noch einen wegholen? Nein. Was hat denn der hier? Klöten am Kinn? Sieht ein bisschen merkwürdiger aus. Oh nein, ein Elektriker. Oh, komm ich durch? Und jetzt heilen wir uns. Und schon wieder bin ich benommen. Aber den könnten wir dennoch holen. Nein. Elektro macht so viel Damage. Dieser Volto Blaster. Come back. Wen habe ich geholt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendjemanden geholt? Alles heute extrem merkwürdig. Extrem merkwürdig. Aber 20 Kills. Eine Minute. Die Zombies sind drin. Jetzt geben sie Gas. Wir holen uns den hier. Jam, 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 jam. Es könnte sein, dass wir hier gewinnen. Es könnte sein. Wenn das Team jetzt hier gut spielt. Es muss alles geben für den Graf. Der Graf wünscht hier einen Sieg. Okay, fallen hin. Das gewinnen wir. Das sieht doch ziemlich gut aus. Unheil Pilz. Sollten wir auch noch setzen. Na, hier noch so ein Eispilz. Oh ja, wir halten hier gut. Wir halten hier richtig gut. Wir stehen doch bestimmt alle wieder da hinten. Na, komm, den verschlingen wir. Bonuszeit. Oh nein, die Zombies machen es hier noch. Komm schon. Yes, wir haben gewonnen. Sieg. Sieg für das Pflanzentum. 4.255 Münzen. Und ja, wir haben ihn gesehen. Den Grafen in Aktion. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt. Wie immer danke fürs Zusehen. Und... Tschüss. ất musegulfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfil